Ich bin Susanne Schmidt und ich komme aus Düsseldorf vom Blumenhaus am Hochgarten auf der Kaiserstraße. Ich habe einen massiven Metalltisch dekoriert, der mit dunklem Granulat aufgegossen wurde und verschiedenartigen Glasgefäßen bestückt wurde, die ansatzweise auch eine Skyline hätten darstellen können, um so ein bisschen die Internationalität und den Business-Charakter des Flughafens hervorzuheben. Aus dem gleichen Grund habe ich mich für Blüten, Blumen und Blätter aus der ganzen Welt entschieden. Meinen Titel hatte ich ganz schnell raus, das war die Sonne Afrikas. Mit der Entwicklung hat es ein bisschen länger gedauert. Ich habe dieses Teil eigentlich im Laufe der Zeit immer wieder weiterentwickelt, bis ich eigentlich heute Morgen es letztlich so mit diesen Anturien und den verrosteten Accessoires so gestaltet habe, wie es da stand. Es gibt eine verrostete Schale mit einer verrosteten Platte, die als Sonne dargestellt wurde, aus der dann getrocknete und frische Blüten rauskamen. Ich binde für mein Leben gerne Sträufel, aber ich arbeite sehr gern mit kompakten Formen und spiele gerne mit den Farben. Und mit den vorgegebenen Sommerblüten sollte ein transparenter Strauß gestaltet werden. Damit habe ich mich ein bisschen schwer getan. Es ist großartig. Ich finde es unbeschreiblich. Ich freue mich sehr und bin sehr dankbar, dass diese viele Arbeit, die ich da reingesteckt habe, wirklich belohnt wurde und dass meine Ideen und meine Umsetzung so gut ankamen. Dass ich zur Goldenen Bosen nach Berlin fahren darf, ist absolut großartig und unvorstellbar. Soweit habe ich bisher noch überhaupt gar nicht gedacht. Es fühlt sich sehr gut an, auch wenn ich da weiter noch überhaupt gar nichts zu sagen kann. Noch nicht zu heiß.